33 Kinder der Volksschule Bayern haben heute Bäumchen gepflanzt und zwar fünf Arten. Dann nehmt ihr euren Baum, setzt ihn rein und schaut aber, dass dort wo der Baum von der Erde rauskommt, dass das frei bleibt. Wir haben heute Bäume gepflanzt in Graz, in einem Wald, wo sehr viele Bäume gefällt wurden und wo viel Sonne ist. Die Idee ist so entstanden, dass die Lehrerinnen und Lehrer Teil des Projekts Wir sind Region sind und sich gewünscht haben, zum Thema Umwelt, zum Thema Bäumchenpflanzen, da ein Projekt umzusetzen. Es war ein Projekt von der Volksschule Dobl und von der Volksschule Bayern. Die beiden sind Partnerschulen im Projekt Wir sind Region. Die Frage war dann, woher kommen die Bäumchen, wo setzt man die Bäumchen? Christian Ehetreiber hat gleich den Bürgermeister kontaktiert, der gleich gesagt hat, gerne stifte ich Bäumchen. Die AG hat auch gleich gesagt, wir stiften auch einige Bäumchen. Und den Platz haben wir auch von der Stadt Graz bekommen und da haben wir ganz tolle Unterstützung bekommen. Und so haben wir heute die Bäumchen pflanzen können. Ich habe heute eine Eiche im Wald eingepflanzt. Der Herr Bürgermeister Siegfried Nagel, die Frau Bürgermeisterin Waltraud Walch waren auch beide hier und haben das Projekt begleitet. Wir waren sehr froh, es war sehr schön, dass wir sie dabei gehabt haben. Das Setzen der Bäume, der Umweltschutz und Klimaschutz ist unseren Volksschulen sehr wichtig. Und gemeinsam mit Bürgermeister Siegfried Nagel unterstützen wir gerne diese Veranstaltung. Heute war es so, dass die Kinder einerseits, jedes Kindchen hat ein Bäumchen gesetzt oder jedes Kind, so klein sind sie nicht mehr, hat ein Bäumchen gesetzt. Und dann haben sie noch einen Stationenbetrieb gehabt zu Themen wie Umwelt- und Klimaschutz, Klimawandel und was bewirkt denn eigentlich mein Bäumchen. Wir haben auch eine schöne Widmungstafel heute hier hinein gesetzt und die Kinder haben sie angebohrt. Das Wunderschöne an Schulpartnerschaftsprojekten wie Wir sind Region ist, dass wenn eine Schule nicht anwesend ist, die andere Schule nicht anwesend ist, dass die Volksschule für sie die Tätigkeiten übernehmen kann, dass die Bäumchen pflanzen kann und somit auch die Volksschule Dobl im Herzen mit dabei war und auch für sie Bäumchen gepflanzt worden sind.